Musik Ich heiße Raphael und mache die Percussion. Also, er macht die Percussion und er sich nennt Raphael. Okay, mein Name ist Uli und ich spiele sowohl Keyboards als auch Percussion. Mein Name ist Uli und ich spiele Tassiere und ich spiele die Perfussion. Stefan, Gesang, Gitarre. Stefan, ich spiele die Gitarre und ich spiele die Gitarre. Okay, ja, Avantgarde-Rock definitiv. Allerdings mit Weltmusikeinflüssen, mit Einflüssen aus sämtlichen Bereichen, die uns in der Musik irgendwie begegnen. Das im Großen und Ganzen. Auch er sagt, dass er Rock avantgarde ist, aber mit Einflüssen aus der Musik der ganzen Welt und alles, was sie in der modernen Musik findet. Er will von euch irgendwelche Bezüge hören, also ob ihr konkret Namen nennen könnt von Bands, die euch beeinflusst haben. Ah, er sagt, dass sie keine Idol haben. Es gibt seit 1994, also die Band gibt es seit 1994 und in der Konstellation seit drei Jahren. Okay, der Gruppe ist seit 1994 und in dieser, mit allen diesen, die wir heute sind, seit drei Jahren. Und wir haben zehn Jahre, das Jubiläum dieses Jahrmann. Ah, dann haben wir das Jahrzehnte, das Jahrzehnte, das Jahrzehnte, das Jahrzehnte. Das Jahrzehnte, das Jahrzehnte, das Jahrzehnte. Ich habe das Jahrzehnte, das Jahrzehnte, das Jahrzehnte, das Jahrzehnte, das Jahrzehnte. Und wir haben die ersten Woche gewonnen. und das war Bologna. Ja, ja. 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 Ja, ja.